So, wir sind mit 9R of Life und zwar heute mal mit einem, äh, ja, ziemlich interessanten Setup, beziehungsweise heute wirklich mal mit, ähm, einem 200% Angels Ampli im Kolosseum. Okay, man kann natürlich viel dazu sagen und, ähm, natürlich jetzt sich auch erstmal wundern, warum macht dieser Typ das, weil, ich meine, das ist halt das wertvollste Ampli in Game und ich weiß gar nicht, was das für einen Wert hat. Also ich hab das ja durch diese Angels Coin Box bekommen, für Level 70, glaube ich, und, ähm, also normalerweise, wenn du das Ding erkaufst, dann kostet das Ding wirklich einiges, also wirklich, wirklich einiges. Und, ähm, ja, deswegen kann man sich jetzt gerade fragen, so, warum machst du das? Ja, also wie gesagt, ich meine, wir haben in den letzten Folgen ja schon mal drüber geredet, wie viel sich Kolosseum lohnt oder bisher sich Kolosseum lohnt. Und, ich bin der Meinung, Kolosseum lohnt sich, äh, stark genug oder viel genug, ähm, dass man sagen kann, jo, okay, mit 200% Ampli kann man sich immer gönnen. Ja, ähm, hm, gerade mal sowas als eigene Sache. Ich weiß erst nicht, wann ich dieses Video heute oder, oder wann auch immer online bringe. Ähm, ich meine, kam mir so dieses typische Problem, ich war vorher auf dem Klo, okay, das startet das Comment falsch, irgendwie. Ich, äh, also ich war auf dem Klo, wollte einen Vlog schauen, nebenbei, auf dem Klo, am Handy, äh, gut, auf einmal war das Internet weg. Habe mir gedacht, gut, okay, irgendwie halt vielleicht WLAN-Verbindung verloren oder so. Ja, bin am PC gegangen, kein Internet. Okay, okay, gut, also Fastnet ist Schlammer down. Habe mir gedacht, na gut, okay, dann schaue ich halt irgendwie über, über Handy, über LTE halt oder so. Ich meine, Datenvolumen habe ich noch. LTE war da, zum Glück. Ähm, nur es hat nichts geladen. Und kurz darauf war auch LTE weg. Also Internet, mobiles Internet komplett. Und mein Einer-Balken-Empfang auf dem Handy, also hier, äh, Netz, also, äh, ja. Wie nennt man das? Das normale Netz halt. Nichts, äh, LTE, aber das Internet, sondern halt das normale Netz. Äh, ging von einem Balken auf kein Netz. Das heißt, ich habe im Prinzip kein Festnetz, kein LTE und kein Handy-Netz momentan. Also ich muss sagen, Infrastruktur in Deutschland ist mal wieder am Start. Ist es echt unglaublich. So im Jahr 2020, um 0 Uhr, ist auf einmal das Internet einfach weg. Oder um 10 nach, äh, um 20 vor 1, glaube ich war es. Irgendwie schon im Dreh. Und, ähm, ja, ich meine, ich, ich finde es, ich finde es super nervig. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass es passiert. Ich glaube, das braucht man nicht erwähnen. Äh, auch mit Leuten, wo ich halt irgendwie ab und zu mal zocke oder so. Wir machen da meist so eine ein- bis zwei-monatige Session von Seven Days oder so. Und, äh, in diesen ein, zwei Monaten hat jeder, von denen die mitspielen, mindestens ein Internetproblem. Also das ist halt irgendwie echt ein Witz. Und, ah, ich meine, so Infrastruktur, ja. Total super toll. Nee, es ist, es ist echt nicht lustig momentan. Also, ich meine, es bin nicht bei Telekom, die theoretisch zumindest gefühlt hat die höchste Uptime hat. Die ganzen anderen Anbieter haben gefühlt, äh, schlechtere Uptime. Aber trotzdem ist es halt ein absoluter Witz einfach. Also, ich meine, wie gesagt, ich meine, theoretisch, ich bin jetzt gerade nicht komplett hundertprozentig drauf angewiesen. In diesem Moment zumindest nicht. Aber, ich meine, wir wissen zum Beispiel, ich trade ja und das geht logischerweise über das Internet. Und, ähm, wenn ich jetzt eine Position offen habe und das Internet ist plötzlich weg und das mobile Internet noch dazu, ja, dann, dann, dann kann das ziemlich scheiße sein. Dann kann mich das hunderte Euro kosten, wenn es scheiße läuft. Und, gut, ich meine, ja, ich hätte natürlich jetzt, ich war schon seit heute Mittag am überlegen, ob ich irgendeinen Trade aufmache, was ich im letzten Jahr geschlossen habe. Und, äh, momentan sah es halt irgendwie relativ gut aus. Und ich habe mir gedacht, ja, könntest du das machen. Boah, Internet weg, okay, super. Ich verliere jetzt halt nichts in dem Sinne, aber ich kann natürlich jetzt auch hier, ja, ich habe keine Chance, jetzt halt irgendwie einen Trade zu machen und halt damit Potenzial irgendwas zu, zu verdienen. Das ist halt natürlich auch einfach scheiße. Und ich meine, wie gesagt, hätte ich jetzt eine Position offen, dann würde ich jetzt wahrscheinlich kaum mit ausrasten, aber in dem Fall ist es einfach trotzdem scheiße. Ja, äh, erste Runde Kondosserum ist durch. Man sieht, ich habe super viele, äh, Kondosserum-Token. Und wie viele waren das hier an dem Zeitpunkt? Drei Karte, wie viele das, wie viele das das waren? Drei Komma-Sieben-Kar. Ähm, ich habe so viele Kostierum-Token. Lustigerweise aber nicht genug Oasis und Moons, um halt einfach zu upgraden. Das ist, sorry, äh, das ist halt irgendwie super behindert, aber, ja, ich fahre mit meistens nur Kohle halt irgendwie eine Stunde am Tag mit Amplis. Und da lohnt es sich halt, also es lohnt sich schon, lohnt Kaskar zu leveln. Aber es ist halt so ein Levelersatz einfach. Geht einfach einmal am Tag eine Stunde rein und, puh, ja. Reicht normalerweise aus. So, gut, ich habe jetzt 20 Minuten kein Internet bisher. Ich habe gehofft, es wird vielleicht wieder kommen. Ich habe angeblich Empfang auf dem Handy, zwei Balken und ich habe angeblich auch Edge. Wechsel zwischen Edge und 4G oder LTE. Nur, allerdings ist es einfach nur Fake, es kommt halt einfach nichts an. Wie auch immer das vor allem passieren kann, dass einfach mal beides verschwindet, also beziehungsweise alle drei Sachen eigentlich. Ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, ob LTE, also ob es mobile Netz und, also mobile Internet und Handynetz zusammenhängt. Aber ich glaube eigentlich nicht, weil normalerweise kannst du ja beides haben ohne jeweils anderen. Du kannst Internet haben ohne Handynetz zu haben, du kannst Handynetz haben ohne Internet zu haben. Also ich denke mal, das hängt nicht zusammen. Und in dem Sinne muss man einfach sagen, ich habe wirklich jetzt geschafft, alle drei Sachen gleichzeitig zu verlieren. Also, es ist halt einfach ein Witz, ganz im Ernst. Also, ja, gut, Folge ist aufgenommen, ich kann es nicht ablaufen, danke für nichts. Ja, Internet nicht verbunden. Das Lustige ist vor allem, man muss sich mal überlegen, jetzt ist ja, es läuft ja alles über Voice over IP. Das heißt, du hast eigentlich momentan noch nicht mal eine Möglichkeit zu telefonieren. Das ist halt das Dümmste irgendwie. Und ich meine, es gibt halt immer mal irgendwie Notfälle oder sonst irgendwas oder Verabredungen oder sonst irgendwas. Oder vielleicht irgendwie dann ein Telefonat mit einem Chef oder sowas, der vielleicht führen muss. Und, ja, geht halt einfach mal gar nichts mehr. Dann Handynetz geht auch nicht. Es ist halt echt, manchmal ist es halt einfach echt verrückt. Ich meine, es ist nicht mal das erste Mal, dass es hier passiert. Ich meine, okay, ich wohne auf dem Dorf, aber zumindest die Infrastruktur bei uns ist eigentlich relativ neu. Ist gleich vor drei Jahren ungefähr alles neu gemacht worden. Wir haben Glasfaser bis an den grauen Kasten, von der halt eben dann Vectoring. Und, ja, also wir haben 100k Internetanschluss, was eigentlich gut ist. Und, ja, im Prinzip, das Wichtigste ist eigentlich neu gemacht. Klar, Rest ist natürlich Kopfer, okay. Gut. Ansonsten auch, hier Handymast und so weiter. Wie gesagt, das ist ein Dorf, das wurde natürlich erst als letztes ausgebaut. Dafür haben wir zumindest eigentlich theoretisch die aktuellste Technik. Was allerdings nicht viel bedeutet, weil, äh, es ist trotzdem genauso problematisch. Die ganze Zeit hast du irgendwie Probleme, dass irgendwas nicht funktioniert. Es ist halt Wahnsinn. Ähm, also, dass man halt tatsächlich sich jetzt da rumstreiten muss. Wie gesagt, im Jahr 2020, wir waren vor wie vielen Jahren auf dem Mond? Schon lange her. Wann ist es 50er? Nee, 60er, oder glaube ich war es, oder? Mitte des 60er? Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Keine Ahnung. Ähm. Aber wir schaffen es halt immer noch nicht einfach, dass wir halt wenigstens mal eine stabile Internet- oder Telefonverbindung aufrechterhalten können. Ich meine, ich habe keine Ahnung, welche Art von Technik es man braucht, äh, um bis zum Mond zu funken. Äh. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, es ist um einiges komplizierter als einfach nur ein fucking Internet, äh, also ein Internet, Netz, Internet-Ding aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Ja. Aber wie gesagt, was willst du ja machen? Jetzt habe ich gestern nichts geüploadet, jetzt kann ich heute nichts uploaden. Das heißt natürlich einfach, ja, scheiße halt für mich. Für euch, für mich, beide. Ähm. Ich kann auch nicht traden. Ich kann nichts machen. Das ist einfach beschissen. Sonst nicht gesagt, so, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann so dein Farmstall, dein Flyfe eine Stunde, aber, haha. Ja, kannst du dich auch sonst wo hinschieben. Ja, Fritzbox ist online, Verbindung ist da, Internet ist nicht verbunden. Nice. Also muss ich sagen, Telekom, danke für nichts. Aber gut. Zurück zum Video. Ähm. Ich muss sagen, die XP sind wirklich richtig krank. Also, die sind halt echt heftig. Äh. Wenn man sich einfach was anschaut. Ich meine, ich bin schon Level, 1 bis Level 76. Ich habe, wie gesagt, relativ viel auf Screen. Ähm. Und, ja, ich muss aber sagen, ehrlich gesagt, ich bin echt, äh, ich bin echt, äh, verwundert, wie schnell es mich wirklich leveln kann, theoretisch mit diesem Ampli. Ich meine, ich meine, klar, dieses Ding, glaube ich, kannst du nur donaten oder kriegst ganz teuer ansonsten für AngelCoin, so, sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm. Und, äh, und, äh, das Ding ist schon echt geil. Also, ich will jetzt nicht irgendwie in der Pay2Win-Debatos anfangen, das ist gerade nicht so, äh, sind das Sache. Aber, äh, ich muss sagen, dieses Ding hat was, das gefällt mir. Also, hiermit gerade zu leveln, das ist schon was anderes. Also, wie gesagt, ich meine, ich habe jetzt insgesamt 82% gemacht, bis zum Ende der Folge. Ähm, ansonsten machen wir jetzt so ungefähr 150% aktuell. Also, da ist natürlich schon echt, ja, das sind gravierende Unterschiede, das kann man auf alle Fälle sagen. Da tut sich schon echt einiges. Ja, ich habe nochmal kein Anteil, aber wie gesagt, das war eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde ist jetzt rum, circa. Ähm. Ich wollte einen Vlog schauen, ich wollte ein Video uploaden, und ich wollte traden. Und ich glaube, ich kann jetzt einfach ins Bett gehen oder so. Das Ding ist ja, du weißt ja nie, wie lange es dauert. Ich meine, ich würde natürlich gerne online nachschauen, wie lange es dauert, oder nach Störungen oder so. Aber hey, da war ja dieses Problem, ich habe ja kein Internet. Und ich habe ja auch momentan keine Möglichkeit, irgendwie online zu gehen. Ich kann, ich kann wieder, oh Gott, ey. Ich kann wieder das gleiche machen, wie vor einigen, äh, Monaten. Aber wann, das war April oder so, keine Ahnung. Dass ich ins Auto einsteigen muss mit dem Handy. Ne, war später, Mai, glaube ich, Mai, Juni, keine Ahnung. Dass ich ins Auto einsteigen muss mit dem Handy ins nächste Dorf fahren muss, wo ich Empfang habe, um einfach eine Überweisung zu machen am Handy. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war das Dummste, was ich jemals gemacht habe. Also, ich meine, Alter. Es ist halt einfach nur ein bisschen Infrastruktur. Ich will einfach nur Internet haben, um meine Sachen zu machen. Und ich brauche nicht mal übertrieben viel davon. Aber ich meine, wenn du halt einfach eine Überweisung machen musst, die halt dringend ist, und einfach erst mal das Auto einsteigen musst, erst mal die ganzen Dörfer fahren musst und empfangst du es auf dem Handy. Ey, ich kann mir halt einfach, dass es halt sowas gibt in diesem Jahr noch, das ist halt echt. Ich meine halt auch in einem Industrieland. Das ist halt, warum einfach? Es gibt keinen Sinn, einfach. Es ist so traurig. Naja. Ich denke wieder ein bisschen was skripten. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Bis dann. Bis dann.